Oh, shit. Da ist meine Aufnahme gerade eben abgeschmiert. Typisch Handy. Auf jeden Fall, ich wollte sagen, falls ihr die erste Hälfte nicht gesehen habt, guckt sie euch an. Sonst wisst ihr nicht, was wir hier gerade machen. Ich kann es aber gerne nochmal sagen. Wir sind gerade dabei, die Welt zu erkunden. Auf jeden Fall, ähm, ja. Ich bin hier stehen geblieben, zu sagen, dass ihr mal in die Kommentare schreiben sollt, wie euch Terraria insgesamt gefällt und wie euch das gefällt, dass ich das letzte Play hier. Auf jeden Fall. So, dann machen wir weiter mit Welterkunden. Wo war ich stehen geblieben? Bei nichts. Also, weiter geht's. So. Hier sind wir wieder. Schimanski ist weg. Schimanski kommt mit. Och, komm. Nö. Ich komme mir ganz locker hoch. Oh, hm, hm, hm. Oh, springen. Elegant. So, dann laufen wir. Hier ist wieder ein Stern. Cool. Was man mit Sternen machen kann, fragen sich jetzt bestimmt einige. Mit Sternen kann man, ähm, sind diese blauen Sterne da oben rechts? Das ist Mana. Damit kann ich Mana-Waffen, Zauberstäbe und sowas einsetzen. Oh, nein. Kaktus. Wieso heißt es eigentlich? Kaktus. Auf jeden Fall, das ist ziemlich creepy. Ich weiß nicht, ob meine Aufnahme wieder abschmiert, aber ich habe jetzt ein paar andere Videos gelöscht, die ich schon hochgeladen habe. Oder Fates. Ich hatte noch nie einen Outtack. Ich muss ja auch nicht professionell machen. Professionell. Wah, wah, wah. Oh. So, dann fahren wir mal ein bisschen Kaktus ab. Kaktus. Ah, die Zombies. Ah. Ich habe nämlich ein maximales. Immer den Kaktus. Epic Fight. Epic Fight. So. Den haben wir gewonnen. Den Epic Fight. Kann aber auch nicht mehr so lange aufnehmen. Boah. Aber ich ziele heute auch aus. Ich habe jetzt heute so viele Videos hochgeladen. Für mich ist das nicht normal. Nein. Das darf nicht wahr sein. Verderben. Ich komme mit dem Verderben doch noch nicht klar. Okay. Okay. Das wird hart. Das wird hart. Okay. Wenn der Mutig genug wäre. Ach. Ey, ne. Das ist doch verarsche. Okay. dran wo ist der trank nein oh shit hälfte meiner munzen verloren also ich weiß ihr denkt jetzt bestimmt nein bin ich nicht ich hab mich nur blöd angestellt ist normal für mich nein das ist nicht normal für mich eigentlich das ganze holz sollen wir die obere etage aus aus holz oder steinbaum schreibt es ebenfalls in die kommentare und zwar professionell will ich es von euch sehen was steht hier nico ok übrigens das ok steht ja ihr denkt jetzt wahrscheinlich ich kann zufrieden wenn ich bin kein ganzes blieb um ich hätte das steht für miko oberkatze es reicht mir das ist doch das ist doch das ist doch komm schon was und von das können wir nicht anbelangt und und ich bin 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 ich weiß das ist ein ganz ganz kurzer part aber ich wollte dir auch nicht so lange machen ich nur noch den rest von dem letzten part aufnehmen also war dann bis zum nächsten mal und drei folgen haben wir heute geschafft oder waren es drei doch folge 3 heißt die eine folge 3 doch die mädchen auf wiedersehen und bis zum nächsten mal vielleicht sogar jemand dabei ich weiß es noch nicht